Eine Photovoltaikanlage auf eurem eigenen Dach wird 2023 noch viel geiler. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen ist der Strom aus dem Netz ja um einiges teurer geworden. Da zahlst du gut und gerne mehr als 40 Cent pro Kilowattstunde. Also rechnet sich doch der eigene Strom vom Dach umso mehr. Und zum zweiten zahlt dir ab 2023 keine Steuern mehr auf Photovoltaikanlagen. Zero. Nada. Keine Umsatzsteuer, keine Einkommenssteuer. Da muss sich doch so eine Photovoltaikanlage umso mehr rechnen, oder? Aber, ja, da gibt es ein großes Aber. Und darüber sprechen wir mal in diesem Video. Ich bin Saidi von Finanztip. Viel Spaß dabei. Dass der Strom aus dem Netz sehr viel teurer geworden ist, so ein durchschnittlicher Neukunde, zahlt im Moment 43 Cent pro Kilowattstunde. Das brauche ich euch nicht erzählen. Das liegt natürlich an der Energiekrise. Und zum anderen gibt es da das Jahressteuergesetz 2022, das die Bundesregierung bereits beschlossen hat und dem Bundestag und Bundesrat noch zustimmen müssen. Was steht da jetzt über Photovoltaik drin? Da steht nahezu unglaublicherweise drin, dass ihr ab 2023 für relativ kleine Photovoltaikanlagen bis in einer Leistung von 30 Kilowatt Peak keine Steuern mehr bezahlen müsst. Und zwar keine Einkommenssteuer, also auf den eingesparten Strom zum Beispiel oder auf den verkauften Strom und auch keine Mehrwertsteuer, wenn ihr das Ding kauft. Und das macht natürlich schnell mal ein paar Tausend Euro aus. Das betrifft sowohl Altanlagen, also die bereits bestehen, die werden dann von der Steuer befreit, als auch Neuanlagen, also wenn ihr euch was Neu anschafft. Und da geht jetzt natürlich der große Run los. Und wir haben bei Finanze festgestellt, ja, ihr findet durchaus noch Anbieter und Angebote, die euch die Anlage, sage ich mal, jetzt im Winter installieren, sodass dann alles ready to go ist, wenn im Frühjahr die Sonne wieder scheint und fleißig Strom produziert wird. Das große Aber, das Problem besteht darin, dass die Inflation auch bei Photovoltaikanlagen nicht Halt gemacht hat. Die Dinger sind in vielen Fällen um einiges teurer geworden. Wir haben bei Finanze mal Angebote verglichen und sind dabei auf Preise von gut und gerne über 3.000, über 4.000, teilweise über 5.000 Euro netto pro Kilowatt Peak Leistung gegangen. Also pro 5 Quadratmeter, die ihr an Dachflächen mit Solarpannellen belegt. Denn wenn ihr jetzt so Werbung seht, ah, auf der einen Seite ist der Strom aus dem Netz ja so teuer und auf der anderen Seite gibt es da eine Steuerbefreiung, klingt ja alles ganz toll. Und da könnt ihr gut und gerne übersehen, dass es schon sehr darauf ankommt, dass ihr das Ding nicht zu teuer einkauft. Damit ihr wisst, welcher Preis für euch gerade noch so okay ist, haben wir mal so einen Grenzfall konstruiert. Also einen Fall, bei dem es sich gerade noch so lohnt. Und zwar gehen wir da von einer Dachfläche von 32,5 Quadratmetern aus. Da passt dann eine Anlage mit einer Leistung von 6,5 KWP drauf. Und zwar plant ihr in diesem Fall, dass ihr den Strom zum Eigenverbrauch schon nutzt. Da könnt ihr ungefähr 30 Prozent eures Stroms selbst verbrauchen und den überschüssigen Strom, also die restlichen 70 Prozent, speist ihr ins Netz ein. Und zwar gehen wir hier von so einer vernünftigen Lage für die Photovoltaikanlage aus, die uns rund 1.000 Kilowattstunden pro KWP im Jahr bringt. Das heißt insgesamt bringt diese Anlage 6.500 Kilowattstunden. Davon 30 Prozent, nutzbar für den Eigenverbrauch. Das sind 1.950 Kilowattstunden und der Rest geht dann eben ins Netz. In unserem letzten Video zu dem Thema hatten wir euch ja noch gesagt, dass so eine kleine Anlage sich tendenziell eher nicht lohnt. Da hat es sich ein bisschen verbessert, nämlich die Vergütung für die Einspeisung ins Netz, die ist seit 1. Juli etwas besser geworden für so kleine Anlagen, die auch für den Eigenverbrauch genutzt werden. Da bekommt ihr seit 1. Juli 8,2 Cent je Kilowattstunde. Diese Vergütung, die 8,2 Cent je Kilowattstunde, die sind dann für die nächsten 20 Jahre garantiert. Und das ist auch so die Betriebsdauer, mit der ihr kalkulieren solltet. Auch aus dem Grund, dass häufig die Garantie auf die Anlage sich ebenfalls auf die 20 Jahre bezieht. Und außerdem haben wir noch eingerechnet, dass so eine Anlage im Jahr 250 Euro an Wartungskosten verursacht. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie teuer ist eigentlich der Strom, den ihr sonst noch aus dem Netz beziehen müsst? Da haben wir jetzt mal mit Anführungszeichen nur 30 Cent pro Kilowattstunde kalkuliert. Jetzt wird der eine oder andere von euch sagen, das ist doch viel teurer im Moment. Naja, aber wir rechnen ja auch über die nächsten 20 Jahre und da ist nicht gesagt, dass der Strom wirklich immer so teuer bleibt bei über 40 Cent wie derzeit in vielen Fällen. Und da geht es jetzt eben darum, bei der Kalkulation, wir wollen ja hier einen Grenzfall aufstellen, günstiger, konservativer zu kalkulieren. Mit anderen Worten, was ist, wenn der Strompreis, ja das kann passieren, sinkt, rechnet sich eure Photovoltaikanlage dann trotzdem noch. So, unter diesen Voraussetzungen solltet ihr für so eine Anlage nicht mehr als 1.800 Euro netto pro Kilowattpekelleistung bezahlen. Denn sonst rechnet sich die ganze Geschichte eben nicht mehr. Warum, schauen wir uns mal an. Und ja, man findet schon noch Angebote in dieser Preisrange. Für so eine Anlage würdet ihr dann netto, weil ja die Mehrwertsteuer ab nächstem Jahr bei Null ist, 11.700 Euro bezahlen und zum einen spart ihr euch damit, unter diesen Voraussetzungen, an Netz aus dem Strom 585 Euro und erzielt an Einnahmen durch eingespeisten Strom rund 373 Euro. Wenn wir jetzt noch die Wartungskosten von 250 Euro abziehen, dann habt ihr Nettoertrag im Jahr von rund 708 Euro. Und der ganze Steuerwirrwarr da rundherum, der fällt jetzt eben praktischerweise weg. Über 20 Jahre erzielt ihr damit Einnahmen von rund 14.200 Euro. Und das bedeutet, dass ihr die Kosten für die Anlage nach rund 16,5 Jahren wieder drin habt. Und jetzt haben wir auf vielfachen Wunsch nach dem letzten Video auch mal die Rendite über diese 20 Jahre ausgerechnet. Und die liegt bei 1,89% pro Jahr. Jetzt sagen bestimmt viele von euch, 1,89% pro Jahr, was ist das für eine Rendite? Wenn ich die 11.700 Euro für die Anlage in den ETF stecke, dann erziele ich wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich über 20 Jahre eine deutlich höhere Rendite. Das ist grundsätzlich richtig. Aber, was wir hier jetzt dargestellt haben, für diesen Preis von 1.800 Euro netto pro KWP-Leistung, ist das quasi schon der Worst Case. Nämlich dann, wenn der Strompreis, sagen wir mal, so hoch bleibt, wie er jetzt ist, oder sogar in Zukunft noch steigt, dann steigt natürlich auch eure Rendite an. Das rechnen wir nachher nochmal durch. Entscheidend ist aber der Einkaufspreis. Wir haben das Ganze jetzt hier mal mit einem Nettopreis pro KWP von 2.500 Euro netto durchgerechnet. Und da bleibt zum Schluss dann die Erkenntnis übrig, dass die Anlage sich erst nach rund 23 Jahren amortisiert hat, also bezahlt gemacht hat. Bedeutet natürlich, dass ihr über 20 Jahre eine negative Rendite habt, weil ihr den Einkaufspreis noch nicht wieder drin habt. Und das ist dann nämlich auch zu teuer. Mit anderen Worten, klar, ihr wollt bestimmt so eine Photovoltaikanlage haben, um a, umweltfreundlich zu sein und b, euch von den steigenden Kosten aus dem Netz, Stromnetz, unabhängig zu machen. Aber ihr wollt halt auch nicht bestimmt nicht draufzahlen, eine wirtschaftlich schlechte Entscheidung machen. Mit anderen Worten, so Preise, die im Moment aufgerufen werden, von über 3.000, über 4.000 und wie gesagt manchmal über 5.000 Euro pro KWP-Leistung, die sind in aller Wahrscheinlichkeit nach nicht wirtschaftlich. Lasst euch da auch nicht verunsichern von so mancher Beispielrechnung von irgendeinem Photovoltaikanbieter. Denn die rechnen natürlich mit hohen Strompreisen aus dem Netz. Also zum Beispiel mit vielleicht 45 Cent, wie es halt in vielen Fällen im Moment der Fall ist, und auch mit entsprechenden Steigerungen über die nächsten Jahre. Und in vielen Fällen wird da halt auch die Strompreissteigerung aus den letzten Jahren zugrunde gelegt. Aber es gibt halt keine Gewähr dafür, dass das jetzt in nächster Zeit so weitergeht. Beziehungsweise ist es auch nicht wahnsinnig wahrscheinlich. Und klar, wenn ich natürlich erstmal mit 45 Cent pro Kilowattstunde aus dem Netz anfange und dann irgendwann bei 50 oder 60 Cent lande, dann ist es klar, dass so eine Anlage sich sehr viel leichter rechnet. Aber halt wahrscheinlich auch nur auf dem Papier rechnet. Ich zeige euch mal eine vernünftige Berechnung, die aber jetzt nicht mehr Worst Case ist. Sondern wir gehen wieder zu einem Einkaufspreis von nur, in Anführungszeichen, 1.800 Euro netto pro KWP-Leistung zurück. Und nehmen mal an, dass euch die Kilowattstunde aus dem Netz nur 40 Cent in Anführungszeichen kostet. Also ungefähr der Preis, der heute gilt und dass der auch im Durchschnitt über die nächsten 20 Jahre gilt. Dann ist es so, dass ihr einen Ertrag im Jahr von guten 900 Euro habt und nach 20 Jahren schon Einnahmen von über 18.000 Euro. Bedeutet dann nichts anderes, als dass sich die Anlage bereits nach 13 Jahren rund bezahlt gemacht hat. Und das entspricht dann über 20 Jahre an der durchschnittlichen Rendite von 4,55 Prozent pro Jahr. Und jetzt merkt ihr, ja, jetzt kommen wir so langsam, ganz grob in die größten Regionen, wie man an Rendite von einem ETF am Aktienmarkt, wenn es nicht so gut läuft am Aktienmarkt, auch erwarten kann. Und zusätzlich habt ihr natürlich zum einen was für die Umwelt getan und zum anderen habt ihr euch, zumindest teilweise, gegen weiter steigende Strompreise in der Zukunft abgesichert. Jetzt gibt es aber noch ein Szenario, in dem ihr eure Rendite deutlich weiter steigern könnt und die Rentabilität eurer Photovoltaikanlage eben. Wir gehen wieder zu dem Szenario zurück, dass der Strom aus dem Netz durchschnittlich über die nächsten 20 Jahre nur, in Anführungszeichen, 30 Cent pro Kilowattstunde kostet, aber, dass ihr euren Eigenverbrauch, also das, was ihr an selbstproduziertem Strom, günstigem Strom selbst nutzen könnt, deutlich erhöhen könnt. Wie geht das? Naja, zum Beispiel, indem ihr ein E-Auto habt, das ihr auch tagsüber zu Hause ladet. Oder indem ihr eine Wärmepumpe zu Hause habt, mit intelligenter Steuerung, die ebenfalls den Stromverbrauch, also euren Eigenverbrauch erhöht. Bis jetzt waren wir ja davon ausgegangen, dass ihr mit der Anlage nur 30% selbst verbrauchen könnt, jetzt mit E-Auto oder Wärmepumpe oder anderen Verbrauchern, dass ihr den Eigenverbrauch auf so grob 60% erhöht, also 4000 Kilowattstunden an Eigenverbrauch. Also so rund 60% Eigenverbrauch bei weiterhin 6500 produzierten Kilowattstunden im Jahr. Dann kommt dann im Jahr auf einen Ertrag, eine Ersparnis und Einnahmen von rund 1150 Euro. Macht dann über 20 Jahre Einnahmen von guten 23.000 Euro. Da ist die Anlage dann auch schon nach gut 10 Jahren abgezahlt und über 20 Jahre liegen wir bei einer Rendite von den guten alten Bekannten 7,5%. Und das ist dann natürlich mit dem ETF total konkurrenzfähig. Und das ist jetzt immer noch bei 30 Cent pro Kilowattstunde aus dem Netz gerechnet. Wenn jetzt der Strompreis weiter hoch bleibt, dann sieht die Rendite noch besser aus. So, das war jetzt für eine relativ kleine Anlage noch gerechnet. Wie sieht das jetzt für eine deutlich größere Anlage aus? Oder anders gesagt, wenn ihr euch ein ordentliches Dach voll mit Solarpanelen voll klatscht. Und hier haben wir jetzt mal mit 75 Quadratmeter an Solarpanelen oder 15 KWP Leistung gerechnet. Die übrigen Daten lassen wir gleich. Also wir rechnen wieder mit 30 Cent aus dem Netz und davon damit, dass ihr nur 1950 Kilowattstunden selbst verbrauchen könnt. Dann sieht es so aus, dass sich in diesem Grenzfall es sich nur lohnt, dass ihr so eine große Anlage anschafft, wenn die maximal 1.500 Euro netto pro KWP Leistung kostet. Also bei großen Anlagen solltet ihr nicht mehr als 1.500 Euro netto pro KWP zahlen. Das Ding kostet natürlich dann auch 22.500 Euro netto und immerhin erzielt ihr über 20 Jahre dann auch Einnahmen von rund 27.000 Euro. Oder anders gesagt, die Anlage hat sich wieder nach den bewährten guten 16 Jahren bezahlt. Entspricht dann wieder eine Rendite von 1,83% durchschnittlich pro Jahr über 20 Jahre. Und da könnt ihr wieder sehen, das ist so ein bisschen das Worst-Case-Szenario. Das heißt, ihr solltet halt nicht mehr zahlen als diese 1.500 Euro, um eben für den Fall auch abgesichert zu sein, dass wenn die Strompreise langfristig wieder zurückkommen, wieder sinken. Da kommt noch dazu, dass ihr bei so einer größeren Anlage inklusive Eigenverbrauch auch etwas weniger, nämlich 7,8 Cent pro KWh erzeugt, für eingespeisten Strom bekommt. Und da ist es günstiger, wenn ihr eine andere Regelung trefft, nämlich, dass ihr gar nicht selbst verbraucht, sondern eine sogenannte Anlage zur Volleinspeisung macht. Denn dann liegt die Vergütung pro KWh ein gutes Stück höher. Bei der Anlage hier, mein Beispiel, bekommt ihr pro eingespeister KWh dann schon immerhin 12,8 Cent. Und wenn ihr die vollen 15.000 KWh, die ihr mit so einer Anlage dann im Jahr produziert, einspeist, dann rechnet sich die ganze Anlage immerhin schon nach gut 14 Jahren. Entspricht dann immerhin schon einer Rendite pro Jahr über 20 Jahre von 3,58 Prozent. Und das ist dann doch sinnvoller, sich erstmal für so eine Volleinspeisung zu entscheiden. Und ihr könnt übrigens von Jahr zu Jahr immer noch entscheiden, ob ihr von der Volleinspeisung in die teilweise Eigenversorgung wechselt. Das heißt, dann doch einen Teil des produzierten Stroms für euren Eigenbedarf nutzt. Wichtiges Fazit also aus diesem Video, zahlt bloß nicht zu viel pro KWh-Peak-Leistung. Und die Unterschiede zwischen auch den einzelnen Regionen, die sind enorm. Und deshalb ist gutes Vergleichen angesagt. Holt euch mal Angebote von den Vergleichsportalen, die wir unten in der Videobeschreibung verlinken. Das sind die Empfehlungen von Finanztip. Und vergleicht die Angebote aber unbedingt mit einem Angebot von eurem lokalen Anbieter. Denn das kann deutlich günstiger oder auch teurer sein. Und da kann es halt schnell um mehrere tausend Euro gehen. Ihr wartet wahrscheinlich schon drauf und ich warte auch auf eure Fragen. Was ist denn mit einem Speicher, mit einem Batteriespeicher? Soll ich mir den dazu kaufen oder nicht? Und wie ihr es schon kennt bei Finanztip, das machen wir euch demnächst in einem eigenen Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch weitergeholfen. Eure Fragen zum Thema Photovoltaik in 2023 und vielleicht auch zu den neuen steuerlichen Regelungen, die schreibt ihr bitte unten in die Videokommentare. Ansonsten freue ich mich immer, wenn ihr ein Like da lasst. Und schaut doch bei unseren alten Videos auch rein. Und natürlich bei dem folgenden Video dann zum Batteriespeicher. Bis dann, euer Saidi von Finanztip.